Weihnachten ist ein schöner Anlass, um bewusst heimische Lebensmittel auf den Tisch zu bringen. Hoch im Kurs stehen bei den Steirerinnen und Steirern der Weihnachtsbraten vom Schwein oder Rind, ein Schnitzel oder auch ein Fisch. Verzichten wir beim Weihnachtsbraten auf internationale Zutaten, können wir sogar 80.000 Transportkilometer sparen. Eine doppelte Erdumrundung der Zutaten, das muss wirklich nicht sein. Heimisch einkaufen hat eine große Wirkung und gibt ein gutes Gefühl. Denn wer im Monat um nur 3,50 Euro internationale Lebensmittel durch heimische ersetzt, stärkt die Höfe und schafft allein in der Steiermark 500 Arbeitsplätze. Übrigens, mehr als 30 steirische Armer-Genussregionswirte ziehen mit. Sie bieten den Weihnachtsbraten to go mit regionalem Schweine- und Rindfleisch an. Ich wünsche eine gesegnete und genussreiche Weihnachtszeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Reisend. Untertitelung des ZDF für funk, 2018